Wir haben alle Megaman genommen, Miguel Man to the light. Die richtige pronunciation ist wichtig. Ich habe sogar den Start geschafft, aber Various ist nicht... Alter, Tui, deine Megaman-Dings sieht doch voll geil aus. Ja, absolut. Hat jeder jetzt den Blumen Falcon? Das war meine Idee und ich habe ihn trotzdem nicht genommen, weil er zu OP ist. Nein, der ist zu OP wenn du ich bist. Momentum, du hast jetzt die Banane abgekriegt, oder? Doch. Bei mir ist er vorbeigefahren. Ich werde fast reingefahren. Bei mir ist er warum vorbeigefahren. Okay, gut. Ich bin in der Welt, wo ich vorbeigefahren bin. Man kann nicht alles an, Kinder. Bei mir ist er aber auch vorbeigefahren. Jetzt bin ich verschrecklich in das Wauwau reingefahren. Ich habe keine Komps angemacht und ihr sagt schon wieder nichts. Es ist schon lange Zeit her. Das heißt ja, ich bin letzter. Das finde ich scheiße. Wie lange... Wie lange ist es her, dass wir nur zurückgespielt haben? Ich weiß nicht. Ich finde es schöner, wenn wir nicht bloß zu viert sind. Dann bin ich nämlich besser. Hey, das habe ich gesehen. Hey. Das war nicht gut. Das war dumm. Aber... Nee, du bist kalt. Hey. Hey. Wir sind nur zu viert und ich kriege trotzdem keine Items. Was denn das für ein Scheiß? Fährst du nicht, Thomas? Schon, wer? Hallo. Ich bin aber heiß. Ich habe noch eine Tröte bekommen. Ich habe noch eine Tröte bekommen. Chi, den holen wir. Beziehungsweise ich mache das. Geh mal weg. Ey, Ficker. Du dumme Drecks, Huren, Wichsersau. Kannst aber knicken, du... Du Knigge. 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 Dreckshure. Ja, bitte? Kann mit dem Blauer kommen? Grokette! Angriff! Grokette? Ist er blauer? Nee. Ich ziehe erst doppelt, weil der so arsch lahm ist. Ich kriege einen Pilz. Scheiße. Oh, Huren. Erteil von der Kröte. Wuhu. War ja. Ich kann schon werden Rennen. Das ist doch gegen die... Ich bin nicht schon wer. Ich bin Thomas Nuss. Ich bin die Nummer Eins. Das ist wahr. Mit dem Argument hast du mich... Da hat er noch einen Pilz! Die Huren, Wichsi, Kicksi. Das finde ich nicht cool. Ja, geil. Boah, Mann. Jetzt bin ich letzter. Was hat er denn richtig verarmt? Wo sind die NPCs, wenn man sie braucht? Ja, weiß nicht. Die hat schon wieder mal wieder nicht eingestellt. Was ein Arsch. Das ist auch so scheiße. Das werde ich jetzt noch die restlichen Rennen benutzen. Die sind im Urlaub gegangen. Jammer schade. Schammerjade. Schammerjade. Was hat der überhaupt für Backen? Die sind so voll... Fick die Bitch! Als hätte er seine Mully angerufen, mit dem Bügeleisen mäßig aus. Hey, Mully! Fick die Bitch! Fp 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 fp... Fucky fucky kacky. Focky fucky fucky kacky, die Bitchi. Bucky in die Hose! Wick in die Hose! Ich bin jungäßi! Ich sprech viel groß... Und mach... Flüssigkeiten aus meinem Po, raus! Warte mal! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Okay! Nee, nee, die Flüssigkeiten sind in seinem Po, wenn er wieder Laktose toleriert. Banane! Man kann Laktose tolerieren? Ja, er nicht. So tolerante Person bin ich nicht. Ich nicht, aber trotzdem. Geil, vier Pilze schon, da sind wir im Pilzklub. Meine Nase kribbelt. Fick dich! Ah, scheiße! Hallo! Hallo! Wie geht es dir? Ich bin Tomanos und ich gewinne immer auf Platz 4! Oh oh! Ich konnte nicht lenken! Ich habe versucht wegzulenken, aber der ist zu fett, das ging gar nicht! Ja, geil, vier Pilze! Ich finde es nicht gut, ich bin dritten Vierter und ich bin trotzdem so weit hin, das ist nicht gut. Chi, gib ihn mal auf die Fresse! Fick dich! Gib ihn mal auf die Fresse! Ja, fick dich! Ok dann hier! Dann du halt! Ich wusste sogar, dass er den Hutn hat, darum wollte ich so schnell vor Chi. Ey! Scheiß! Bouncy, per. Und der rote hier auf mich? Ne. Die Wand hat es dir aber angetan. Danke für den Pilzklub! Das war ja richtig zärtlich. Oh oh. Oh, Chi hat drei Bananen. Alter, ist der Typ fett! Ey! Du bist voll in einer reingefahren. Ich werde dann in meine eigene gefahren, aber egal. Ich hab's gesehen. Und ich auch. Ne, nicht noch mehr! Nein! Ja, nein, ja! Das war doch nicht die letzte Runde! Das ist jetzt aber du! Das hätte mich gefreut, wenn es die letzte gewesen wäre! Ich dachte auch nicht mehr die letzte! Das wäre schön gewesen! Ne, sonst hätte ich mich doch schon lange aufgeregt! Jetzt hast du doch schon die ganze Zeit! Oh shit! Fuck! Ich bin durchgekommen! Wenn man Chi holt, äh, macht... Tutut! So langsam! Das war unglaublich! Da war schon wieder die... Nein! Alter, die Blitze sind genau gegen mich! Ich weiß, wie du dich fühlst! Wie ein Kühlpad! Ey! Wie ein Kühlpad? Ja! 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 Nein! Nicht den Kopf! Nein! Easy! Ja! Cooltot! Chi gönne ich es aber auch! Ich schaff die Abkürzung nie! Ja! Nicht mehr letzter! Ich fall irgendwie immer... Ey, Tabi, also ich fall immer rechts runter! Immer rechts von dem Blatt! Hust! Anni, das ist stolz auf dich! Hust! Ja! Hust! Kann die Folge vorbei sein? Ich bin die fetten Mungo nicht mehr fach! Hust! Hust! Das ist nicht die Adi-Flücke! Da ist Rückenklazen! Immer wenn ich die Abkürzung nehmen will, falle ich rechts runter! Genau! Rechts zu rechts! So ein, zwei, drei! Peco fährt und die Schlucht rein! Hust! Den finde ich gut! Mute! City! Mute! Willkommen in Cityfuck! Wenn die Nutten medium large sind, das ist dann eine Mutte. I see. Deswegen sind die Räume auch so rund, die passen sich den Nutten an. Richtig. Ich passe die ganzen Dinge ins Strecken. Wie heißt das? F-Zero. Hau auf einmal im Arschrock zu pupst, du dreckiger Beko. Hallo, Chi. Du mich auch. Danke. Dann kommt der wieder. Alter, der ist wie Marcy früher. Als Marcy noch scheiße war, meinst du? Ja, wieso hast du das eingesetzt? Ich hatte den rote Kopf für mich auf der Karte. Ja, ich stehe einen Meter hinter dir, weißt du? Easy. Weißt du was? Schöne, hast du gut gemacht. Jetzt war keine Dröte mehr. Gib mir mal ganz kurz ein Wunschschlag. Vielleicht krieg ich jetzt noch eine, bitte. Nee. Das ist aber schade. Ha! Boah, Alter. Weißt du? Dafür, dass ich weder Beschleunigung habe, noch Kurven fahren kann, und ich kann es schön langsam. Das ist so mit allen, außer den zwei Charakteren, die man spielen kann, die ich nicht kenne. Nintendo, Peko, Cheater. Ja, ich weiß, du weißt genau, wovon ich spreche, von den Pokorate kämpfen, ja? Ein bisschen Scheiß weg. Ja, verwirrt ist. Jetzt können wir mal kurz vorbeiziehen. Peko, wie viel Alp hast du? Peko, du hast gekappt. Oh, oh! Peko, ich wette, du bist doch in der Pokémon Dungeon gewesen. Oh, fuck. Ja, wie viele Rote sind da? Ja. Unendlich. Bist du blöd? Hä, bei mir hat sich das voll erwischt, du fährst einfach weiter. Ich mag das Spiel echt nicht. Also, ich bin vorbeigefahren. Ja, bei mir bist du voll durch. Okay. Geiles Mario Kart Internet. Du Ficker. Ich schieße dir extra nicht ab, und dann schießt er nach hinten. Keine Gnade mehr für Tem. Und auch nicht für seine französische Mutte. Ach, Kotze. Hallo, ich bin nicht Medium. Ich bin Small, ich bin eine Sotte. Ja, du. Wie ist das? Wir establishing hier ganz neue Lone. Da kommt die Juden, Willi. Ja! Nee! Ist die! Okay, ich bin Letzter. So. Ja, fahr mich nochmal. Gibst du dir? Ja, geil, geil, Löcher, Team. Ich hab's dir gesagt. Ich war erst voll nett, und dann... Ja, jetzt bist du ein Puck unter mir. Ich bin nicht im Pokécenter hinter dir. Doch. Nein! Puppi. Puppi, Sinky. Fuck. Egal, ich muss ja quasi nur vor Schoenberg kommen. Dann ist alles gut. Vor mich? Hey, wie das? Ja, gar nicht mit. Warte, vor die Letzte Runde? Ja, siehst du, angewenn ich ja sowieso. Wenn der gar nicht mitfette, mich auf jeden Fall vorhin. Und was machst du, wenn ich mich umdrehe? Das ist mein Letzte Rennen. Wenn ich mich umdrehe, dann... Dann bist du hinter mir. Du hast so einen fetten Arsch, egal, wo man bei dir steht, ist man hinter dir. Du bist nur ein Neidl. Dann ist die Umlaufbahn. Ja! Ello! Ich bin super. Hey, Fettie! Bei allen anderen ist es mir egal, aber Pekko geht halt voll nicht in Ordnung, ne? Ja, natürlich, endlich. Was? Wo? Oh, ich... Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, ich... Oh, ich... Ich komme, 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 ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Das finde ich nicht okay, dass du das einfach so sagst. Ich hab ein Doppel-Item genommen! Ich bin Schreck! Du bist Schreck! Danke für diesen guten Rocky, danke! War mit zweiter? Ach, Mario, du bist so eine dumme Fettsäure. Ach, okay, das erklärt eigentlich. Du Nutella-Brot! Woll ich schon mehr! Hey Rocky, wie geht's? Erzähl mir den neuen Klatsch und Tratsch! Aua, mit ganz viel Tratsch! Oh ja, ist richtig! Warum höre ich schon mehr die Stimme? Hä? Geister! Stimme ausm Off! Spielst du keine Videospiele? Ich steh hinter dir! Nein, nicht für Pilze jetzt! Hinter mir ist kein Platz! Ja, und? Ja, weiss schon, wer da steht! Denkt mal drüber nach! Hupup! Nein! Hupup! Nein! Hey, ich hab von euch Hurenmixern! Hat die Banane eingelegt! Hupup! Hupup! Du bist schon weg! Ja! Boah, der war knapp! Das ist ne dumme Drecksuch! Warum hast du mich zählen doch überholt! Ich kenn dich da nix mehr! Dumme Drecksuch! Nee, ich bin erst da! Du bist so nett da! Ja, du zählst aber nicht, weil du hast Meta gespielt! Ja, ich hab Meta gespielt, ja! Weiß euch das dir voll gefallen hat? Ja, ich hab Silberpokal! Für NPCs! Moment, es gibt mal erst! Schöne in die Kommentare! Er soll endlich die NPCs wieder anmachen! Genau schon! Es gibt keinen dritten Platz! Ja, mal schade! Ja! Ja!